Mein Vater hat gespielt in verschiedenen Bands hier in Franken und er war aber auch mit einer Zirkusband auf so einem Brett und dann hat er noch Trompete dazu gespielt. Wir sind im Büro von meinem Vater, der leider verstorben ist drei Monate bevor wir unser 50-jähriges Jubiläum hatten. Am Anfang hat er von seinem Rucksack aus die Instrumente verkauft. 1968 haben wir dann hier den richtigen Laden. Mein erstes Instrument, das ich verkauft habe, war ein, ich denke, ein Akkordeon. Musik ist die Sprache, die einzige Sprache. Die Mitarbeiter, die wir einstellen, die haben eine unglaubliche Leidenschaft zur Musik. Und als wir uns dann entschieden haben 1996 ins Internet zu gehen, dann ging das ganz, ganz schnell. Der Laden hat 100 Prozent des Umsatzes generiert und mit dem Laden haben wir nach und nach E-Commerce aufgebaut. Heute ist es so, dass wir den Laden deshalb halten können, weil wir E-Commerce haben. Das hat sich komplett gedreht. Und mit 7,5 Millionen Kunden sind wir sehr zufrieden. Musik Die verschiedenen Millionen von Paketen mit DHL da. DHL ist für uns ein sehr wichtiger Partner, ein zuverlässiger Partner. Mein Vater wäre unglaublich begeistert von der ganzen Technik und von der unglaublichen Auswahl von Trompeten und würde wahrscheinlich den ganzen Tag verschiedene Trompeten testen und probieren. Musik 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 Musik